So und hiermit hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Play Happy Wheels. Die Geräusche im Hintergrund, das ist Max. Hallo. Genau. So, als erstes, ja. Keine Ahnung. Ich glaube wir werden uns jetzt mal durch die Liste durchkämpfen hier. Einfach von oben angefangen und dann werden wir uns einfach durchhacken. Und hoffentlich werden wir es gut machen, sonst, ja. Aha. Ja. Was will der Typ denn? Jopp. Wui. Boom. Durch die Tür. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zurück. Mal. Boom. Ah, da ist der Fuß schon ab. Da war der Fuß schon ab, ne? Das ging schneller als erwartet. Versuchen wir mal mal schnell. Baaah. Oh, Haid, Alter, wie Haid. Oh, jetzt aber. Oh, jetzt aber. Bam. Über den Atommüll. What the fuck is wrong, bitch. So, jetzt am 1. Oh, Entschuldigung. Muss ich mal kurz die Maus raushalten. Oh, shit. Oh, luck. So, jetzt sind wir im Erdkern. Liegen durch die Gezeiten. Autsch. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Jetzt sind wir bei den Dinosauriern angekommen. Wieso sind wir bei den Dinosauriern? Oh Gott. Eine Dinosaurier-Leiche. Scheiße, wie kommt man denn hier raus? Hier raus. Ach, eins. Zwei. Och, man. Thank you, God. Oh, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Oh, boom. Bam. Ach, du Scheiße. Hier wurde einer gerade von Tyrannosaurus getrissen, ey. Oh, bitchig. Was? Ah. Okay, ging. Scheiße. Scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, was benimmt der sich wie ein Aal, ey. Der benimmt sich wirklich wie ein Aal. Nun gut. Wir sind tot. Und checken wir mal kurz das andere nächste Level out. Crime City. Na gut. Es will nicht. Es funktioniert nicht. Jetzt geht das nächste. Das geht auch nicht. Ey, Alter. Hallo? Hallo? Lackt's irgendwie? Hä? Was? Hallo? Was ist denn hier los? Ah. Ähm. Ja, was nehme ich jetzt? Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, das hier, sie doch. Von Ayrton, White Squish. Wir warten. Und wir nehmen die Weihnachtsmann als Charakter und... Was ist das denn? Weihnachtsmann als Charakter und... Ach, du Scheiße! Das hat uns zerhackt. Wieso? Okay, warte, das... Muss ich jetzt nochmal... Stay still. Alter, das hackt ja wohl. Stay still. Hallo, die Haarzer hauen einen an die Eingeweide raus. Soll man doch nicht stillscht, da muss man ganz schön wegrennen. Super, happy, fun time. Ach, du Scheiße. Ja, ka... Ja... Pfff... Scheiße. Ach, steh auf. Steh auf, dicker. Jetzt, och, 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 ne, 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 So, und jetzt... Ja. Egal, ne. Weiß ich, was man machen soll, egal. Ich hab keine Ahnung, was man machen soll. Deswegen... Fun War. Den nehmen wir... Den hier. Ah! 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 Gott! Oh! Oh, oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Wo bleibt jetzt der Sinn bei diesem Level, ne? Alter! Wo bleibt da der Sinn? Sag ja, das Level hat keinen Sinn! Weiter! Zieh mir aber mal rein, wie ein bisschen, alten Roller. Schuss! 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 Seine restlichen Eingeweide müssen es noch schaffen ins Ziel. Schafft er es? Schafft er es? Schafft er es? Nein, er schafft nicht. Schade! Schade, schade! Exit to menu. Das mal... German let's play! One! Ah! Oh! Oh! Ah! Verstehe was! Oh! God! Er hat German let's play schon mal von the final ausgedacht. Oh! Loooow! Boah! Fickt euch doch einfach, alter! Nochmal, das würde ich jetzt schaffen. Alter! Wieserste! Oh! Wieserste! Oh! God! Oh! God! aber da auch die es ist egal ex-to-menu Gott älter das war ja auch was da ist doch da ist doch kein Bock zu drücken jetzt ich drücke ja vorwärts wo ist jetzt der Sinn bei dieser ja kein Sinn dabei dummes Level davon vier Sterne dafür mhm ey New Game was ist das denn New Game ist boah Lack wait seven seconds das das ich doch Lackdauer Junge mit groß das da ist der fuß schon ab oh fail fail da ja schade 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 Exit 2 1 2 1 1 1 1 1 1 natürlich geht das wieder nicht wie auch so schön gewesen Zirkus Mann was eht ab hier hin sowie sowas Ciao tue k lust schade mir ok ich glaube dazu braucht man nichts mehr zu sagen ja hallo? hallo? na toll was ist denn jetzt los? ah ah er hat keine Ahnung was dazu noch sagen soll ich gucke einfach mal kurz hin um an die Level durch die Part 1 er könnte einmal sehen wie die Level heißen und so wie sie aussehen wie viele Stern die haben und ab Part 2 werde ich dann alle durchspielen alle hintereinander ohne Gnade durchgezockt bis es irgendwann nicht mehr geht bis ich irgendwann nicht mehr kann The Dark Knight ich muss ihn ja natürlich aufnehmen oh dann nehme ich die fette Schrulle hier aber jetzt wollte ich mal sagen die 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 Scheiße! Alter! Schaff's noch! Komm! Fahr doch rein! Fahr doch rein! Fahr doch rein! Ja, los! Fahr! Ja, ran! Ja, ja! Nein! Jetzt aber! Oh! 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 Fail! Oh! Fail! Oh! Fail! Ja! Das ist ja auch voll easy! Boah! Victory! Yeah! Sweet Victory! Gut! Wo ist das? Track Demo! M-M-M-M-Simpsons! Äh! Simpsons! 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 Boing! 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 Scheiße! Alter! Fickt euch doch! Alter! Fickt euch doch! Alter! Nein! Alter! Boah, ich nehme den Blut da noch, ne? Alter, nack dir doch nie. Oh, no! Scheiße! Nein, den müssen wir schreien. Oh my god! Gut, ich werde euch jetzt auch nicht mehr so aufhalten. Also man, das hier, Chaos. Chaos ist mit dem Chaos. Wir nehmen jetzt Indiana Jones. Da fliegt in die... Nein! Nein! Ja, ja, ja. Ah! Scheiße! Scheiße! Au! 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 Oh! 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 Hoiii! Hoiii! Was war jetzt? Wo sind wir jetzt? Oh!